Alter Schafe! Hallo und herzlich willkommen zu der Pfossen-Challenge! Battle. Keine Ahnung. Wir haben hier einen Hut mit sechs Aufgaben. Sechs Aufgaben? Wir holen eine ganze Kamera. Wir werden jetzt abwechselnd ziehen und dann muss man das machen, was da draufstehen tut. Okay, Marcel, bitte nicht so behindert. Schreie Steinpapier, wer anfängt. Schreie Steinpapier. Haha, schon wieder. Also, du musst anfangen, wenn du verlierst. Dann ziehen wir mal. Ich mag es lesen. Ein Stamperl Essig. Lecker. Die Challenge. So. Haha, Marcel. Essig ist nur ein halbes Stamperl. Oder ein Gläschen. Ja, ein Gläschen. Ja, ein Gläschen. Das ist nur ein hardcore Gangster. Aber ich weiß auch schon. Boah. Let's do. Prost. Hast du es? Ja, Mann. Geil. Ich... Ich... ... soll meine Säßigen so schlafen. So. Ich bin dafür. Ich ziecke jetzt in der Wasser. Ich werde dir gerade irgendwas richtig behindert. Boah, da steht richtig schön viel drauf, ne? Ein Teelöffel Tabasco. So. Geil, Alter. Ah! Hier haben wir's. Ein Teelöffel Tabasco. Grüß oder rotz? Kennt ihr ja... Rot. Könnt ihr ja schon... Kennt ihr ja schon von unserem letzten Battle, das ihr übrigens hier unten findet. Also hier circa. Und... Und... Ja. Ja, unter seiner Fresse. Und ja. Die Challenge. Wir haben hier Tabasco, solltet ihr ja schon kennen, aus unserem letzten Battle. Und ich krieg die Flasche nicht auf dich. Haha, frechling. Ich darf das nicht mehr riechen, weil ich bin geschwächt, äh... Behindert. Genug schon von... Behindert. So. Jetzt habt ihr hier einen Löffel Tabasco. Ich hoffe, ihr seht das. Und ich würde sagen, let's do this shit. Ihr wisst euch jetzt schon. Mach auf. Ich weiß nicht, Alter. Zieh es durch. Zieh... Alter Schafen! So, ich bin wieder da und ich ziehe das nächste und habe Sauangst von einem gewissen Challenge. Vom leckeren Sauerkrautsaft. Wie lacht ihr aus, wenn es das Sauerkrautsaft ist? Einmal Pfefferschnupfen! Die Challenge! So, wir sind zurück. Ich muss kurz das Licht umstellen. Er bereitet jetzt mal den Pfeffer vor. Der Masse ist ein ganz ungeübter Drogendealer. So, da sind die Spuren, falls ihr es nicht zieht geht es sogar um mich drück ich. Die Spur geht es sogar von da bis da. Ja, und ja. Ich muss schon sagen, das juckt. Oh, das ist mir das nicht schlimm. Okay, und jetzt ist er hier dran. Bitteschön. Ich hätte gerne den Sauerkrautsaft. Tja. Mit Penis auf der Stirn weitermachen. Dann hol dir mal was zu schminken. Wir sind hier. Ich nehme die Farbe Rot. Rot der Liebe. Die Farbe der Liebe. Seine zu spulen. So, bitte. Masse, du bist echt die größte Behinderung. Ich weiß, es ist nicht besonders ein Kunstwerk, aber... Ach du Scheiße, du kannst nicht mehr hin. Ich meine, ich würde nichts sagen, aber... Ja, ich... Ich hab gedacht, das alles oben ist noch ein bisschen mehr Platz. Okay, ich muss echt sagen, der ist nicht besonders schön geworden. Ich habe geglaubt... Du bist auch nicht so wirklich schön geworden. Ich habe nach oben noch mehr Platz, aber gut. Ich denke mal, man kann es erkennen. Die Zahnpasta, gell? Orangensaft, gell? Na, Zahnpasta mit Senf. Senf. Saft, Marcel. Saft. Saft. Orangensaft. Okay. Zahnpasta mit Orangensaft. Orangensaft. Kann man nicht wirklich lesen. Aber es soll heißen, ein Stamperl. Zahnpasta mit Orangensaft. Wir haben vorher Spamperl geschrieben. Spamperl. Die Challenge. Ja, wir haben hier... Orangensaft. Orangensaft. Und... Zahnpasta. Natürlich. Macke, bitte kauft. Purfruits. Gibt's mit dem Hofer. Warum tue ich das eigentlich? Das sind immer so Momente, wo man sich die Frage stellt, warum man das tut. Ja. Ich auch. Ich bin halt das erste Mal da. Und gleich so ein Scheiß. Bestes Praktikum ever. Hm. Ich werde auch nicht bezahlt. Aber wie wird man jetzt schon schlecht, oder? Einmal nippend. Du schaust sehr begeistert aus. Okay. Zahnpasta darfst du da noch auszudrinken. Die Zahnpasta ist jetzt nicht komplett weg. Aber es schmeckt... Es hat krass'n Laf. Es schmeckt nach Zahnpasta. Es schmeckt nach Zahnpasta. Laf. Doch. Komm schon. Ja. Ich zieh mal für dich. Es ist dir nochmal eines darin. Gib her... Wie ist es bitte vor? Ein Glas Sauerkrautsaft. Wir haben da den ganzen leckeren... Gib den Zettel. Natur pur. Da. Ähm. Stell scharf. So. Ein Glas Sauerkrautsaft soll das zumindest heißen. Wir haben hier diesen Bullshit. Äh. Bio-grauer... Grauer Sauerkrautsaft. Sauerkrautsaft. Okay. Das... Das war das Fert. Sauerkraut. Ja, welch ein Wunder. Prost. Prost. Man sieht das nicht... Und so schlimm ist es nicht. Äh. Ich schmeckt das. Na ernsthaft. Okay. Dann. Das war es jetzt von dem Postbattle, was wir zu hatten. Weil ich kotze jetzt vor dem Geruch. Ähm. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt einen Daumen hoch. Hier rechts. Hier die unsere letzten Videos. Hier rechts unten. Könnt ihr uns abonnieren nicht? Ja. Und schreibt uns noch Ideen für ein nächstes Battle rein. Und... Und ja. Danke fürs Zusehen. Und... Ciao. Und tschüss.